Jetzt muss das Mikro noch angeschaltet werden und laut werden. Heute, vor zwölf Tagen, bei der letzten Montagsdemo... Ist es laut genug? Nein! Liebe Technik, ich brauche einen Stopp! Heute, vor zwölf Tagen, bei der letzten Montagsdemo, hat uns Christoph Haas und das SNK 21 mit dem neuen Obenbleibere so sehr gefallen, dass wir sie gebeten haben, heute auf dieser Demo zu spielen. Und ganz spontan haben sie sich völlig kurzfristig bereit erklärt und wir sind ganz begeistert, jetzt Christoph Haas und das SNK 21 Stuttgart Musikkollektiv. Vielen Dank, jetzt bin ich auch da. Ja, wir freuen uns, dass wir heute mit Sie für euch spielen können. Es ist der Obenbleibesong und da gibt es viele Möglichkeiten, mit uns zu singen und da freuen wir uns schon auf eure Lautstärke Unterstützung. Das ist eine Erfahrung, die jedes Mal von neuem Verbrauch sein will. Das ist eine Erfahrung, die wir heute mit Sie für euch spielen können. Das ist eine Erfahrung, die wir heute mit Sie für euch spielen können. Wenn du nach dem Wind und Leise auf den Fahrt steigst und wachst auf deinen Fuß, dann steigt ein süßes Trauerfleisch hier hoch und ein großer, erstauner Bummut. Wir wollen lieber hoch und ein hoher Reise, hoher Reise. Hoher Reise, hoher Reise, hoher Reise, hoher Reise. Wir wollen lieber hoch und ein hoher Reise, hoher Reise, hoher Reise. Wir wollen lieber hoch und ein 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 hoher Reise. Hoher Reise. Hoher Reise. Hoher Reise. Hoher Reise. Hoher Reise. Musik 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 Ja, ja, ja! Dankeschön!